Ihr kennt mich schon? Ich weiß. Ich weiß nicht, ja. Isabelle erklärt es euch jetzt, wieso ich jetzt hier bin und ich Toni. Ja, die gute alte Toni, Mahoni, die hat sehr viel zu tun in letzter Zeit. Also wirklich sehr, sehr viel. Total wichtig. Alles. Auf jeden Fall hat es zu viel zu tun. Also dachten wir uns, wir wollen das hier nicht aufgeben, grundlos. Und suchen uns Leute, die uns helfen. Und dann kam ich aus seinem Busch rausgesprungen. Ich mach das. Nein, okay, sie hat mich in der Schule gefragt. Wir sind dann gleich in Klasse. Das ist Veronika. Vero. Ja. Entschuldigung, du magst das ja nicht. Und ja, jetzt hilft sie uns und noch eine andere Freundin wird mithelfen. Das ist die Giddi. Und also ich hoffe, du weißt es auch nicht, dass du es jetzt gerade erst siehst. Und dann denkst du, hä, was, was wollen die jetzt von mir? Aber die will auch noch mithelfen und vielleicht kriegen wir noch andere Freundinnen dazu ein bisschen uns mitzuhelfen. Da wir dachten, okay, uns hat es eigentlich voll viel Spaß gemacht und wir wollen halt nur dadurch, dass wir ein bisschen weniger Zeit haben, wollen wir das halt nicht verlieren. Und die Toni wird halt jetzt nicht mehr so oft mitmachen. Aber schon noch. Sie wird noch mitmachen. Also sie ist nicht ganz weg, sondern sie ist noch da, aber halt nicht so oft wie ihr. Ja. Ja. So dachten wir uns das halt. Und ja. Was machst du da? Ja. Guck nicht auf dein scheiß Handy immer. Ja. Die Handysucht die, ey. So dachten wir uns das. Ja. Sorry. Also man zählt. Ja. Da haben wir eigentlich irgendwie nichts zu sagen. Ja. Das war's eigentlich. Ich rede sehr mit euch. Have a nice day. Was auch immer. Macht was draußen und nicht immer vor dem Computer. Tschüss. 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 Tschüss.